Benni Gnus von Dion ist gleichgütig, freundlich ist ein aus Kleinasien stammender Missionar und Märtyrer. Als Missionar war er im 2. oder 3. Jahrhundert vor allem in Burgund tätig. Sein Gedenktag ist der 1. November. Er ist der Patron von Dion und der Lombardei. Legende Nach der Legende war Benni Gnus ein Schüler von Polycarp, Bischof von Smyrna, der ihn zur Missionierung nach Gallien schickte, wo er in Ote Longre und Dion tätig war. Unter Marc Aurel oder unter Aurelian soll er den Märtyrer-Tod erlitten haben. Da ihn die Hunde, die ihn zerfleischen sollten, verschont haben, brach man ihm den Schädel mit einer Eisenstange und durchbohrte seinen Leib mit einer Lanze. Nach seinem Tod soll ihn Leonele, eine Christin, einbalsamiert und ihn in einem Sarkophag aus Stein bestattet haben. Der Sarkophag in Dion, in dem sich der Leichnam befunden habe soll, ist leer. Über dem Ort seines Martyriums, der sich zu einem beliebten Pilgerziel entwickelte, wurde eine Kirche und später die Kathedrale von Dion errichtet. In der Benediktinerabtei in Siegburg befinden sich nach der Tradition in einem im 12. Jahrhundert gefertigten Schrein Reliquien des Heiligen. Ikonografie Benni Gnus wird als Priester mit Tonsur, als Abt auf einem Abtsthron, mit einem Schlüssel in der Hand, mit einem Hund an seiner Seite, mit einer Eisenstange im Schädel oder mit Lanzen dargestellt.